Herzlich Willkommen zu einem neuen Shiny Hunting Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach Shiny Robberl fangen könnt. Abfahrt! Let's go! Wir starten beim Zentralplatz und dann geht es auch nur ein kleines Stückchen in den Norden, an einen kleinen netten Strand. Ich habe euch diesen einmal mit einem schwarzen Punkt markiert. Hier angekommen könnt ihr jetzt bereits sehen, selbst ohne Sandwich spawnen hier jede Menge Robberl. Bedeutet, dass wir hier einen sehr sehr guten Shiny Spot erwischt haben. Als nächstes machen wir uns jetzt ein Sandwich. Wir benötigen jetzt ein Sandwich vom Typ Wasser. Raus das Gestühl, raus die Pokémon und rein geht es in den kreativen Modus. Für ein Wasser-Sandwich benötigen wir einmal die Gurke und zweimal das salzige Geheimgewürz. Wasser-Pokémon und Gurke. Gurke besteht aus, weiß ich nicht, 98% Wasser. Sollte das in Verbindung stehen. Jedenfalls finde ich das Ganze sehr interessant, dass es genau die Gurke fürs Wasser-Pokémon geworden ist. So, packen wir rauf die Gurke. Okay, schon alle drei Scheiben, sollte nichts passieren. Baguette-Hälfte oben rauf, noch einen blauen Pieker für Wasser durch da. Und dann sieht das Ganze auch schon ganz nett aus. Wie immer müssen wir nur jetzt hoffen, dass unser Gourmet-Kollege auch zufrieden ist mit unserer Auswahl. Dass ihm die Kreation hier auch zusagt. Wollen wir mal gucken, er beißt da rein. Und, ja, ich hoffe. Ja, und? Was meint er? Jo, ich glaube, haut hin. Ja, ist zufrieden. Wunderbar. Unser Wasser-Sandwich hat hingehauen. Spezial-Sandwich. Schillerkraft, Titelkraft, Begegnungskraft. Alles Typ Wasser, alles Level 3. So soll das sein. Können wir die ganzen Möbel hier wieder wegräumen. Und schon kann die Shining Hunting-Jagd beginnen. Benutzt jetzt am besten euer Reit-Pokémon. Und gleitet hier mal den Strand entlang und farmt hier die ganzen Rohball ab. Shiny-Rohball ist auch gut zu erkennen. Er hat dann keinen blauen Kragen, sondern der Kragen ist dann rosa. So, schauen wir hier. Keiner dabei. Ja, auch nicht. Um das Ganze jetzt auch zu resetten, ist es relativ einfach. Vorher fahre ich allerdings hier nochmal ab. Mal gucken, der ist dabei. Okay, dann fahrt ihr mit der vorne nur ein Stückchen Gras hoch. Da, den kleinen Berg hoch. Ich mache es mal aus der Kameraposition, könnt ihr sehen. Jetzt despawnen sie zurück. Und jetzt erscheinen sie neu. Und das macht ihr jetzt so lange, bis euer Shiny hier auftaucht. Immer ein bisschen ranfahren, gucken. Kleinwann warten. Die spawnen auch gerne mal so ein bisschen nach. Aber die Auswahl ist eigentlich hier sehr, sehr groß. Und früher oder später sollte dann auch ein Shiny dabei sein. Hier vorne mal gucken. Da pennt ganz gerne mal einer an der Palme. Nicht, dass ich mich verpassen. Und die kommen auch einigermaßen angelaufen. Greifen euch im Prinzip nicht richtig an. Aber sie kommen in eure Richtung. Ist ganz angenehm. Dann kann man das nämlich hervorragend sehen, ob sie so ein Shiny-Kragen haben in pink oder nicht. So, hier vorne ist Slimehawk. Das ist immer so mein Wendepunkt. Hallo, grüß dich. Hier biege ich dann ein. Kurz vor Slimehawk zurück. Dann passt das mit dem Reset. Und schaut mal. Ich fahre direkt drauf zu. Und hier haben wir dann auch schon ein Shiny-Rohball. Das ging jetzt sehr, sehr schnell. Das glaubt mir gar kein Mensch. Eine Minute dreht jetzt gedauert. Aber es ist wirklich wahr. Ihr seht das hier in Echtzeit. Und erst mal abspeichern, damit hier nichts mehr schief gehen kann. Warum abspeichern? Ihr wisst es natürlich. Sollte jetzt beim Fangen was schief gehen, könnt ihr euren Spielchen erneut laden. Und der Shiny ist nicht verloren. Jetzt fangen wir ihn weg. Blau brauchen wir natürlich auch einen blauen Ball, würde ich sagen. Nehmen wir einfach den Superball. Der dürfte schon einigermaßen passen. Hauen das Ding hier mal aus der Hüfte raus. Und dann fangen wir ihn mal kurz weg. So, da haben wir ihn schon. Dann packen wir ihn in eine Box und schauen uns mal seine Werte an. Typ Wasser. Terra-Typ Wasser. Trainer bin ich. Nebelfeld. Schallwelle. Mondgewalt. Hydro-Pumpe. Fähigkeit Sturzbach. Und Harnband vielleicht. Nein, leider kein Harnband. Aber ein sachtes Wesen. Herkunft Küstenareal. Und getroffen am 4.1. Wunderbar. Jetzt entwickeln wir noch Robberl. Shiny Robberl. Einmal weiterentwickelt ist es dann Shiny Marikeck. Und auch dieses werden wir noch ein weiteres Mal entwickeln. Und dann wird auch Shiny Marikeck. Shiny Primarene. Ganz genau. Aber das wusstet ihr sicherlich schon. Da ist es. Es sieht wirklich wunderschön aus im Pink. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das soll es dann auch schon mit dem heutigen Shiny Hunting Video gewesen sein. Ich hoffe es hat euch gefallen. Dann lasst noch gerne ein kostenloses Abo und ein Like da. Macht die Glocke an, um zukünftig keine Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss und ciao. Euer ShurTalk. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Vielen Dank.